Grüß dich miteinander, ich bin Marco. Ich zeige euch etwas aus meinem Repertoire, das ich heute im Unterricht anbiete. Hier auf dem Tymbales. Die Konga habe ich schon aufgenommen. Auf dem Luggerät. Es ist alles von mir eingespielt. Man hört eine Klaue. Das sind so zwei Hölzchen. Man hört ein Schecker. Hörbiss mit Kräueli. Das ist Tymbales mit einem Becken mit meinen Glocken. Ich zeige euch zuerst den Cha Cha Cha. Salsa Groove. Und dann geht es weiter mit einer Kolumbia. Das ist ein afro-kubanischer Sex-After-Groove. Und dann haben wir noch einen kleinen Ausschnitt von einer Kolumbia, damit sie so laufen können. So, viel Spass. Das ist ein afro-kubanischer Sex-After-Groove. Das ist ein afro-kubanischer Sex-Ater-Groove. Und dann geht es weiter mit einer Kolumbia. Das ist ein afro-kubanischer Sex-Ater-Groove. Das ist ein afro-kubanischer Sex-Ater-Groove. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020